Was geht ab, Leute? Hier ist der Pirate MP. Neue Runde... Ähm... Resident Evil. Ja, ich hab's endlich hingekriegt, mal wieder weiterzuzocken. Ähm, beziehungsweise ein bisschen von vorne. War doch gar nicht so viel, was ich von vorne machen musste. Sah aber mehr aus. Ähm... Ich hatte nur keinen Bock auf den letzten Boss, aber da ich den ja nicht machen musste. GG. So. Ähm, ja. Wie ihr wisst, sind mir anderthalb Stunden Dingens Zeit verloren gegangen, beziehungsweise Aufnahme. Eigentlich bin ich schon weiter. Ähm. Ähm. Warum steht das auf Amateur? Ah, genau, weil ich sich gegen den Boss durchrushen wollte. Ähm. Äh. Nicht nur deine Option. Spielanstellung. Nicht auf Amateur. Nein. Fakt hier. Ähm. Spiel starten. Ähm. Egal. Machen wir so. Kapitelauswahl. Das ist nicht viel. Die labern halt jetzt gleich noch ein bisschen und dann... War's das auch schon? Auf normal bitte. Dankeschön. So. Man sieht halt jetzt den Anfang nochmal. Das ist ja jetzt nicht... Ihr könnt sehen, ich hab ordentlich Munition gesammelt. Auch gespart. Ähm... Ähm... Das ist eine L-Hawk. Ähm. Dann haben wir Elektromunition. Elektro-Granaten. Was ganz nice ist, äh... Wir haben ein neues Scharfschützengewehr. Das HKPSG1. Das seht ihr auch später, wo wir das herbekommen. Ähm. Vielleicht, wenn die Kisten, glaube ich, noch angezeigt werden. Ich bin in einem Kapitel eigentlich schon weiter, aber... Fucking... Headset, ey. Wenn er diesmal nicht vernünftig aufnimmt, Scheiße drauf, lassen wir einfach so. So. Ähm. Ja, wie gesagt. Ich bin bis zum Rand voll, dass man nicht irgendwie ein größeres Inventar kriegen kann durch irgendwas oder so. Aber nein, kann man nicht. Kugelsichere Weste. Äh... Ne. Fertig. Jo. So. Ich freue mich schon auf die nächsten Gegner, die kommen werden. Ja, ja. Kapitel 5.3. Kennen wir schon. Ich wasche jetzt einfach schnell durch. Äh... Gana. Ähm. Something about a philosopher's stone and selecting DNA. It doesn't matter what she says. She's just a terrorist. End of story. We can't risk Guru Boros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Ähm. Ach, ne, hinten war noch Munition. Munition kann man nie genug haben. Ganz ehrlich. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm mal her da. Geht das. Äh, Dokument lesen habe ich schon in der letzten Folge. Ach, die ist komplett voll. Hm. Ähm. Gegen das. Ich brauche Hammer. Take this. Nachladen. Anrieren. Take it. Roger. Die hat so viel Schuss jetzt davon, ne? 600, 640. 670. Schuss. So. Die an den. Und weiter geht's. Jetzt gehen wir weiter. 70 Schuss auf Dingens auf Pampe. Hammer. Ähm. Okay. You grab it. Roger. So. Jetzt kommen wieder meine Lieblingsfliecher. Wo die letztens drauf gegangen sind. Wenn ich mich nicht irre. Hau rein, Käthe. wieder lustig hier noch nicht erst im nächsten abschnitt hier gibt es wieder muni aber 80 schuss ist doch immer was anderes gewehr munition voll wir haben zu viel munition ich meckere nicht sonst meckere ich immer dass ich zu wenig habe jetzt habe ich zu viel ist okay man kann nie zu viel munition haben vor allem nicht gegen die ich will jetzt hätten nächstes kommt müssen hinten den Stromgeneratoren machen so ja schießt halt weiter währenddessen ja das Ding ist richtig präzise, das macht richtig Spaß mit dem Ding zu spielen jetzt kommen gleich die fetten Viecher wieder da oben raus, ich muss kotzen halt ne sich einfach durchwaschen geht aber nicht oh mein Gott, grabt der mich direkt, das kann nicht wahr sein oder? Ja, 47 ja, fortzutzen Alter kann doch nicht sein ja ja ist mir klar ey wir brauchen Platz im Moment, ey das gibt's nicht irgendwie mein Gott bin ich schon wieder drauf gegangen wie inkompetent kann man sein egal wo die Sammlung Stolz Stolz so herklar den letzten Sprecher Prozent Nein. Da. Hier. So. Drücken wir die Elektrogranaten ein. Alter. Ich hasse das Spiel. Komm schon runter. Lass uns mal aufhören. Ob ich ein bisschen schießen und platze. Ah genau. Und die sind auch One-Shot mit Elektro-Dingens. So. Ähm. Irgendwie kommen die Fieser nicht. So. Fuck. Aber auf auf. Vielleicht soll ich schießen. Keiner. Ähm. Okay. Das jetzt sieht's gut aus. Ähm. Äh. Äh. Ich brauche die scharfe Munition. Oh mein Gott. Jetzt habe ich einen Schuss von der Magnum-Pamala. Boah, schnell mal, Alter. Habe ich's nicht gerade abgegeben? So. Du musst meinen Muni-Behälter. Hier. Oh Mann. No. Oh. Oh of us. My VaticanAHWeish Porque. Oh. The Glashix was da war. Oh. Oh. mit dem dingens mit der elektrogranate geht alles klar ja noch vier schuss und zwölf reicher waren die sollten wir behalten und ich weiß da kommt noch was richtig dickes auf uns so und was war hier drinnen genau das maschinengewehr die hkps g1 die lassen wir könnten die verkaufen aber sie sind jetzt nicht nachladen ich hoffe dass wir müssen den hebel benutzen die fährt dann rüber Strom ist super so 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 Na, da, da, da. Nelie, menta. Ja, dick. Okay. einfach 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 oh mein Gott Fick dich! Explodiert! Nene, kein Racketgraf, hoffentlich ist es nicht böse, Junge. Ganz böse, Junge. Ich glaube, das ist auch böse, Junge. Oh, wenn wir den Racketgraf jedes Mal kriegen würden. Ah ah. Oh, wenn wir kommen. Danke fürs Zusehen. Ihr wollt mir weiter folgen, klickt unten auf Abonnieren. Links kommt ihr zur vorherigen Folge. Hinterlasst ein Like, Kommentare. Wir sehen uns. Tschaui. Abonnieren ARD Text im Auftrag des VK. 해도 Bis zum nächsten Mal.